Dieses Foto beschäftigt derzeit den NRW-Wahlkampf und ist den sozialen Netzwerken bereits tausendfach geteilt worden. Aufgenommen von CDU-Politiker Thomas Oisterfeldhaus soll es zeigen, wie Nordrhein-Westfalens Schulministerin Silvia Löhrmann von den Grünen vor einem Wahlkampfauftritt den Wagen wechselt. Eigentlich wollten der Heiland und sein jünger Wolfgang Kubicki nur grüßen. Allerdings erreicht die beiden eindringender Notruf. Jetzt müssen sie handeln. Und Herr Hübschen, das ist doch was. Wenn ich ihm keine Sportwaden biete, dann wenigstens Sportboote. Und beim Bootfahren muss man auch den Schulterblick machen. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.